Hallöchen Leute das sind wir zurück zu Let's Play Minecraft ähm bevor ich euch was sage ich rufe Musik an äh bevor ich euch was sage uch warte kurz zurück ich hab bisschen was versucht so kurz ein bisschen leiser machen und zwar ich habe vergessen noch eine Folge zu rennen ich habe vergessen noch eine Folge zu rennen dann deswegen habe ich hier äh Balken hier und hier Kisten alles drin und ja aber es hat sich nicht viel für eine Chance vergessen dass ich noch was rennen muss und hab die Aufnahme dann doch gelöscht irgendwie und ich und so und dann ja ich habe auch nicht so viel gemacht hier in der Welt lass uns mal kurz laden so kurz hier hinrennen ne komm hier muss ich glaube ich noch ein bisschen leiser machen für mich ist es ein bisschen zu laut machen wir jetzt mal so ok kann man noch die Schweinschnürren und ich hoffe mir planlos herum so ich habe ein paar Freunde versprochen dass ich hier eine kleine Villa bau in diesem Haus so eine kleine Brücke hier rüber dass hier so ein Haus entsteht ich bin noch mit den Sparks Spurio BD-Craft Texturen und ja so ich warte jetzt ziehen wir so ein Abstand ne ok dann können wir mich hier einen kleinen Trepp mal nach unten bauen so zack 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 hier zack 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 so nochmal ganz abkrabbeln das weg das weg das weg das weg das weg runter Kuss gegen Erde setzen Kartoffel zu Liebe der Deutschen Kartoffel so holen wir uns mal Stein treppen oder machen wir uns mal welche nicht holen ähm ja äh toll weg damit kurz weg damit das Fenster Stein 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 hier haben wir Stein ich habe vor mit euch da so ein kleines naja oh die Musik ist cool die ist cool 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 die ist Nicole wer ist Nicole Zombiestein meine Mama nein Spaß so hier Treppen 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 ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen auskleiden damit es nicht so hingerotzt die aussieht oder das hier so hingerotzt mhm das müssen wir hier eigentlich hier hin hier hin das können wir weg machen mhm die halt nehmen wir oh Gott machen wir mal so äh Scheiße so zack 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 oh Gott wie machen wir das denn jetzt hier mhm die Versteine nehmen wir mal von dahinten nehmen wir mal die Erde hier diese auch eh schämlich aus die Erde hat man sich jetzt ne zack 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 permitikda tag nehmen wir manchmal so uh da 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 ne 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 das war doch richtig das war doch richtig klar zack 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 oll jetzt haben wir hier so ne Treppe nach oben das könnte mal weg Das passt nicht so schön hier rein Ja, ich hab noch so einen kleinen Plan Holz, 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 Holz Da ist Holz Wir gehen auch gleich mal ein Dings wieder Holz holen Machen wir mal Wie viel haben wir denn? 43, ich hab's reichen Verstecke Verstecke Stöcke So Dann Wofür können wir machen? Ja, okay, noch zwei werden übrig Oh Gott, was wollte ich noch mal vormachen? Hier, zack Ich mach's für mich mal kurz leiser, die Musik, sonst ist für mich ein bisschen extrem laut Und das kann ich mich nicht konzentrieren Das hier runter Ja Wahrscheinlich die Monstern Angehört er hier um Einfach Ich hab mich total verpuzzelt Äh, da, 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 da Das können wir jetzt so machen Haben noch Holz Hier haben wir noch Holzplanken Das war da ein bisschen Bogen Was war denn das denn? Ich will mich, dass gleich schon ein Fisch hier reinkommt und einfach In die Bude zerspringt Ah, ich kann noch was erzählen und zwar Als ich die Aufnahme noch nicht geschnitten Äh, ja, geschnitten Vor allem Äh, noch nicht gemacht hab Da, ähm War Hier so ein Creeper vor meiner Haustür Und was mich einfach wegbomben Und ich hab noch da aufgenommen Hab mir selbstgespräch gemacht noch übrigens Und ja War witzig, auf jeden Fall Machen wir hier Hier Zack, zack Bis hier unten hin Geh gleich ins Haus Und baue da ein bisschen herum Machen wir mal kurz So, bevor ihr was reinkommt So ein kleines Schlösschen Sieht nicht hiebig aus Das ist normal Das ist eine Standardkacke So, hier Hm Ich kann mir hier so eine Maul hinbauen So Machen wir Kommt auch da so ein großes Fenster rein Zack, 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 zack Oh Ähm Ja, das wollte ich nicht Ööö So Ich hab mir schon was überlegt Was ich hier so hinbauen werde Und äh Ja Jetzt hab ich kein Holzmeer Ähm Manno Zeig ich mal nur dazu Hallo Hallo Ach, ey, warte mal sch... Herzeit richten So Ach, wir haben hier Glas Glasblick oder Glasscheiben Mach ich mal Scheiben Nochmal So, mach ich mal Ja, zwei und drei Stück Wollen wohl reichen Kann ich hier so ein Fenster reinbomben Ach, ne, ich will zack, muss ich auch noch Acht Nun kloppen Ne, warte, warte Äh, doch Zack, zack So Jetzt täcke ich die auch einmal hier So Axt Jetzt hab ich ne Axt Ich Axt, so ich weg Oder dieses Axt Das ist einer Deo da Ich hoffe, omkommt nichts runter jetzt Mach ich nochmal so Wenn du dich einschränkommt ich würde sie noch von außen noch mal kurz verkleiden so damit es so besser aussieht können wir das mache ich auch noch mal aus holz so wo ist denn das? ach wir haben ja kein holz hört mir grad so ein machen wir es aus cobblestone wieder sieht auch nicht sieht auch schön aus da noch mal bevor man runterkommt habe ich auch keine lust und besonders zum blöcke habe ich eh keine lust wie jeder andere meinkaufsspieler kein blöcke auch das sind blöcke und die sind weg ich bin nicht ich bin ich bin hier ist über mir ich muss Musik an machen die ist irgendwie gerade komisch ausgegangen äh wo ist das wo ist das hier nehmen wir mal das hier ne nehmen wir mal nicht nehmen wir mal das hier ja das ist auch schön das ist auch schön